Wenn ich auch einfach am Panzer mitfahre. Nee, das sind zwar eigentlich vier Sitze drin, es steigen zwei Leute ein, aber gut. So, auch nicht vergessen, Panzerverteidigen. Ich gehe da, äh, ja, bestimmt jetzt nicht dahin, wo die Dinger spawnen. Wollt ihr mal losfahren, Jungs? Ähm, meh, du. Okay, whatever. What the fuck? Was ist? Die Granate ist einfach vor mir runtergefallen. Ja, dann hat er viel manuelle Art. Mit Panzer macht das schon. Ja. Der eine Schütze stirbt sowieso wieder. Ab ihn. Achtet mal auf die Animationen der Ketten. Das sind die besten Animationen, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß endlich mal so ein Problem du hast mit den Ketten. Die bewegen sich nicht. Hä? Die Ketten bewegen sich nicht. Die Dinger schieben sich über den Boden. Das machen sie ja sowieso, aber die rutschen hier eher, weil die Ketten sich nicht bewegen. Aber die gehen, die Räder von denen gehen hoch und runter, wenn die über den Linses fahren. Das finde ich verläuft. Ja, aber was anderes machen sie nicht. Oh, ich mag nicht mehr. Gleich kommt wieder unsere Lieblingsstelle. Ja, Gerd. Ja, ich glaube, ich gehe da mal irgendwie auf Toilette oder so der Bayerländer. Ne, du hast noch genug Munition für deine Sniper. Du musst jetzt mitmachen. Vor allem, weil ich halb tot bin. Aber ist das dann? Ich muss denen noch keinen Schaden. Ich hatte das auch keinen Schaden gemacht. Mit der 50er Schaffer im Gewehr solltest du aber... Solltest du aber Schaden anrichten können. Linksrum. Die anderen kommen von rechts jetzt, die nächsten Gegner. Links an der linken Seite von den Panzern. Aber einmal hat so einen Panzer ja echt. Er ist eine gute... Uh, rollende Deckung. Man muss nur aufpassen, dass er eigentlich zerquetscht. Oh, Ellen ist auch schon angeschossen. Oh, gut zu wissen. Schütze ist down. Ja, unser MG-Schütze lebt sogar noch am Panzer. Die Stelle ist ja noch relativ einfach hier. Medu, lauf bitte aus. Nein, ich lauf. Autsch! Fuck me, wo sitzt der? Bei dem Zelt. Ist der... Ich seh... Ah, ich seh' ihn. Ich glaub, der steht nicht mehr auf. Das war der letztes Mal mich und Medu ausgeschaltet hat. Ja, jetzt scheinbar schon wieder erfasst. Wie siehst du aus, Medu, dein Leben? Ja, ich bin auch grün. Gut. Ja, aber die Panzer bewegen sich noch grün. Ah, jetzt gehst's. Ich bin noch nicht gewartet. Willst du da mit einem Raketenwerfer kurz aufbauen, dann die Erkennagra? Ich hab keinen Raketenwerfer. Du meinst Kanatenwerfer? Ja, ich mein, ja. Das ist für mich alles gleiche. Das ist aber ein gewisser Unterschied. Ja, ich weiß. Es ist mir bewusst, aber ich denke nicht dran. Okay. Meine Deckung sollte stehen bleiben. Ich mach das nicht, wenn meine Deckung wegfährt. Oh, fuck, unser Panzer ist getroffen worden. Oh, meine Granate fällt wieder einfach runter. Was soll denn die Kacke? Na, dein MG-Fütz ist auch da. Ich glaub's nicht. Jetzt hab ich's. Ich hab noch eine Granate. Ja, bei den nächsten... Oh. Da lebt noch einer. Da lebt noch einer. Ich glaub, das waren alle. Nein. Ach, da sitzt du hinter der Ecke. Scheiße. Was? Der Typ ist bei mir in der Wand. In der Wand? Der sitzt hinter der Wand. Da sind so Nischen drin. Guck hier. Oh, und er hat eine Panzerfaust. Schön. Unser Panzer ist noch mal getroffen. Ja, ich hab immer noch mal raus und guckt aus der Wand. Okay, jetzt. Ich hab ihn jetzt. Verdammt. Das hat der Panzer schon Treffer abbekommen. Zählen das eigentlich für später? Ich weiß es nicht. Der eine Panzer ist vorhin von dem anderen Panzer dreimal getroffen worden, hat's überlebt. Aber der ist jetzt halt auch schon zweimal getroffen worden. Du hast es ja nicht gesehen, wie doof die sich angestellt haben, aber es war ein Grauen, diesen Kampf zwischen den Panzern zu begutachten. Das war der Horror. Was will man von sich schieben, den Panzern schon erwarten, rutschen in den Panzern. Das sind Arme, die halt nur rum. Ja, aber die anderen haben auch amerikanische Panzer, das ist der Hacking an der Sache. Jetzt mal überleiten fahren. Hört ihr's? Hört ihr den Horror? Den Schrecken? Wow. Ab zwei links, noch einer rechts. Down. Sie sagen gehört, als wärst du getroffen worden. Ich guck gerade noch spinnen auf der Karte. Ja, menschliche Gegner sind gerade alle. Puh. Gut. Mal, ich guck jetzt mal, wie die fliegen. Okay, eine ist hinter uns. Wo ist der zweite? Den ersten schießen wir aus hier raus, aus dem Brunnel heraus. Das ist ab, sonst wird's uns zu riskant. Ich hab noch 14 Magazine, also... Äh... Ich hab gern 20 Schoßen. Ja, ein paar kannst du da drauf sehen. Oh, das ist ja mehr als das heißt, das Mann. Ja, er hat ja auch Munition mitgenommen. So, wo flattern die Dinger, der ist irgendwie flattern, Männer. Ja, die ist gar nicht, das ist hinter uns. Ich hör's nur, ich seh's ja nicht mehr auf der Karte. Ach, da ist einer, okay. Und zweite, keine Ahnung. Wir sterben. Ah, der erste kommt jetzt gerade vorbei. Ich hoffe, ich seh ihn ja noch. Sieh's ja noch ein paar. Wir sind im Suchmodus, ja. Bist du wieder einer Lockvogel spielen. Na, ich glaub, die wissen schon, wo wir sind. Nein, die Fliegen ist immer im Kreis, was uns sucht. Wenn die sich so wegdrehen, kannst du ja mal mit Raketen oder bei einem VV jetzt. Ja, ich glaube, die Fliegen ist immer im Kreis. Ja, ich glaube, die Fliegen ist immer im Kreis. Ja, ich glaube, die Fliegen ist immer im Kreis. Ja, ich weiß nicht. Krieg dich für uns. Hattest du den nicht gekriegt, der gerade von mir aus zu sehen war? Jetzt. Der stand nämlich in der Luft. Ja, warte, ich krieg zu dir. Dann krieg ich lieber zurück, nicht dass wir beide drauf gehen. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Das hätt ich gekriegt, aber da war ein Baum dazwischen. Da. Na, warten wir, dass irgendwas vorbeipliegt. Kommt gleich. Jetzt. Ne, den hab ich nicht gefasst. Der eine guckt jetzt um den Tunnel rein, Achtung. Aber er fliegt doch nicht von der Seite. Hast du abgefeuert? Ja. Und nicht getroffen. Toll. Oder? Doch! Okay, das hätt ich von Anfang an schneller machen können. Ja. Ja. Okay, jetzt ist die Frage, hab ich den, der schon raucht oder den, der noch nicht raucht? Warte, am Glück, der, der raucht. Der, der nicht raucht. Echt? Der weniger geraucht hat, ja. Hast du ihn getroffen? Ja. Ja, der nein schon. Ne, ich mein den, bloody. Warte, den anderen krieg ich ja dann auch gleich. Oh, welch dramatische Musik zu einem absolut spektakulären Einsatz, in dem wir die ganze Zeit in einem Tunnel liegen. und auf Moorhühner schießen, die überhaupt Rotoren haben. Uh. Der wusste aber ganz genau, wo er jetzt so schießen soll. Hat er dich getroffen? Nein, nein, nein. Weißt, ich schieße das Ding ab, hinter mir sitzt Gladi, kriegt nix ab. Okay, sehr realistisch. Wahrlösen müsste du... Ist ja nicht Arma. Tschuldigung. Ja, Alan hat eigentlich auch noch einen Dingswerver. Der Maschine ist mal mit Raketenwerver, offenbar. Der Maschine ist mal mit Raketenwerver, offenbar. Echt? Den Panzern kannst du einfach den Befehl geben, auf den anderen Panzer zu schießen. Ich meine, der hat ja noch nicht gesehen, Alter. Oh. Ich kann gerne sterben, kannst du es mit allen ausprobieren. Nein. Ich danke. Nein. Wer beruf ich das Ding jetzt? Ich hab den Hauptschraube verloren. Jetzt muss man auch was schaffen. Oh, in meiner Wohnung ist das durchaus möglich. Ja. Ach, Helox. Andere Methode wäre jetzt einer, der kaum noch lebt. Munition hat sich jetzt töten gelöst. Und dann mit dem Raketen, wenn wir das in den Kopf da weg machen. Oh, er ist weg. Wie du hast. Schön. Die Panzer, die Panzer, die Panzer, die Panzer. Ich hab aber aufpassen gleich nen Fehler gemacht. Dafür kriegst du ne Medal of Honor oder sowas. Ich? Ja. Dankeschön. Das ist etwas Unwögliches vollbracht. Mit einem 5-6 Sturmgewehr, einen U-Schrauber abgeschossen, der gegen 23 Millimeter gepanzert ist. Ich bin es in Teilen nicht überall. Es ist ein Ding anzuschauen. Wow. Das kam von Westen. Südwesten. Ja, den hab ich. Gut, da haben wir noch mehr. Den hab ich auch. Medu räumt auf. Ja, ich hab ja mit Hubschrauber schon geübt. Kommst du mich mal besuchen, mein Zimmer aufräumen? Bei was? Kommst du mich mal wieder besuchen, mein Zimmer aufräumen? Der war schlecht. Ja, das sollte ja auch sein. Was erwartest du bitte von mir? So, und es darf nur keiner der Panzer drauf gehen. Das sollten wir nicht vergessen. Schuss von Westen. Der ist der Rechnerpanzer. Oh Mann. Und Gladi rennt noch an ihm vorbei. Ich verlasse nicht auf Gladi, dass er den sieht. Pfi, darf ich bitte speichern? Ja, das fehlt in dem Spiel. Darf ich bitte Munition? Warte, ich muss Munition suchen. Ich hab jetzt nur ein Magazin. Hier liegt schon mal eins. Ja, danke. Und hier war auch einer. Drei Magazine. Ach, ist das schön. Auch da vorne, auf dem Turm. Das gehört dir. Ja, die? Ist ja hier vor uns. A0 irgendwas. Ja, fünf Magazine. Ja, das reicht. A0 ist. Okay, ich geh wieder rein. Oder A, O, G oder auch immer das für ein Turm ist. Ja, mich freut's auch. Die Aufklärung hat einen Heli der Mexikaner ausgemacht. Schalten Sie ihn aus, bevor er abhebt. Ich hebe gleich wegen ganz was anderes ab hier. Ah, ich kann Artillerie anfordern. Halleluja. Halleluja. Ja, das sollten die mir nicht im Dings. Kannst du die Freiheit von hier aus sogar anfordern? Ja, sobald ich sie... Genau, Naga, geh mal bitte so mit Gladi. Alles klar. Ich weiß, wie das funktioniert. Da hab ich zwar so meine ernsthaften Zweifel dran, aber... Weiß wie der Hase läuft. Ja, das ist ja jetzt nicht so, als wenn du bei der EG gewesen wärst, da gestorben ist. Aber gut. Mal so ein bisschen Subordination und Zwietracht hier mit reinbringen. Geht ja gar nicht, diese Harmonie. Oh. Südwesten. Hab ich. Denk dann, da sitzt einer auf dem Dach mit dem Raketenwerfer. Der mag mich nicht. Der mag mir nur noch weniger. Weiß grad gar nicht, wo der ist. Der sitzt direkt neben dem Hubschrauber. Ja, in dem... Weiß grad anders. Ja, da sitzt er auch noch. Der sitzt neben dem Laternenpfahl. Links davon. Auf der Plattform... Auf der Landeplattform vom Hubschrauber. Das kann ich gar nicht gucken. Ne, die sind schon ein bisschen weiter vorne. Ich seh ihn leider von hier aus auch nicht. Ja, Moment. Ich muss erst mal... vorgehen. Den Typ hier auch nicht. Die Infos über die Türme wären ganz nett. Nein, von hier aus sieht man den Raum nicht. Verflixt.